Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Donkey Kong Returns Tropical Freeze Bros. 3. Was? Er lernt's echt nie. Wir sind, wir haben, off-screen haben wir das fehlende, die fehlenden Kongo-Gustaben aus Welt 4 und Welt 2 geholt und haben damit auch die Kalle freigeschaltet, die wir auch später noch machen werden. Aber jetzt erst mal zurück, wo wir eigentlich stehen, wie wir sind. Welt 5, 4, Saft. Ja, wir sind bereit dafür. Ja, die Level, wo wir ein paar Mal draufgegangen sind, wo wir gegangen sind. Ganz richtig. Yeah, yeah. Deswegen eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben wahrscheinlich nicht den Dingens. Wieso kriegt man die nicht kaputt? Wie sie noch mehr siegbar sind, stärker als doch kommen. Vielleicht noch nicht daraus springen. Wir können auch noch wieder reingehen. Ich habe eine Hand. Ich hätte es wissen müssen. Sammle das mal ein Mädchen. Weil du ein Mädchen bist. So respektlos. Da war ich in der Bahn irgendwie schreie, wir kommen den Schnappen bei uns, nur um zu sehen, ob die sich umdrehen. Wenn sich denken, was, wer, wer will mich schnappen. Ja, sehr gut. Ja, das war ein Wasser. Da sind bestimmt Haie oder nein. Wie die Bananen, die hat keiner ausmacht. Wir sind klüger als wir. Warum? 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 Ich habe fragen. Wir haben ja alles. Wir haben ja alles. naja wir sind einfach nur ihr leben ausgegangen und deswegen aber nicht geschafft ich glaube ich habe so schwer war die bett jetzt ja wir jetzt auch nicht leider im traum saft hier ja soll man allgemein machen wenn wir hier in den fischern sind aber kein gelbes bekommen oder ein goldes haben wir einfach nur eben dazu kommt ja wir sollten dem einen dank zu sein aber und teleportation ja klar ist auch noch er stand auf und affenland das stimmt sind auch offen in der ganzen lassen verwandeln da ist jetzt mal so wohnen sich in donkey kommen in einem fremd und im kinder lieber machen wohnspiel mein sehr gut drei teile werden sich so nicht alle kriegen aber werde ich vielleicht offen waren sollen wahrscheinlich müssen irgendwo gegenwerfen wenn die keine dornen hätten dann werden die bestimmt voll lecker also für leben warum streckt bei den zwei quad wir haben nicht alles zu diesem zeitpunkt das ist so noch mal so was wir haben keine luft hilfe ein bisschen im fast was unter wochen luft weiter mit ratte war also kann man ohne spiel nur 1 war das button meshing ich habe die banane lieber sie ist so schnell selber ich habe sie dass der banaligen gaben jetzt kann ich den tüten oder so wie mir mit ihr halt machen von unseren schwierigkeiten machen er war gestärkt es war erfahren haben wir ein bisschen was auf screen gemacht jetzt können wir alles über die spiele ja jetzt können wir alles schaffen wenn ich schon ein bisschen gekommen also bekommen vorher werden wir darüber rollen eigentlich schon wenn ich so kurz vor dem ende irgendwie folgt ja und dass der checkpoint gut legen gut habe ich so gefühlt nichts okay ich habe das leben durch geschafft ich glaube da oben bei der buchstabe oder da ist noch was das ist jetzt total aber wir haben alle puzzle teile geschafft und das sogar noch vor den kunstaben oder ein luft luft und zweitens beiden nicht gleichzeitig luft ausgeht hast du sogar leute über lebenskanzler so mein verreckt ja noch irgendwo im ende ich war luft da sucht damit ja mal nichts gewesen sein noch mal zurück auch nicht sonst verpassen werke rast sich aus das geht Okay, also ich kann mal so tun. Da unten. Theo, da ist was. Secret! Okay. Das war aber nicht noch mehr Buchstaben zu sammeln, ne? Ne, wir haben, ich glaube wir haben alles. Yo! Oh, schön. Bildvoll. Ja. Das war normal. Jetzt müssen wir, diese müssen sie aber nur noch regulär durchspielen. Ich habe mich jetzt wirklich nicht. Warum haben wir denn das Problem gehabt? Und da war das ein anderes Ding. Was wir machen können, wir können jetzt erstmal die nächste Lärme machen. Also die, ja. Dann machen wir die Nummer auf screen. Ja. Dann müssen wir jetzt nicht. Ja, machen wir wenigstens zu dem Punkt. Damit wird schon nicht so viel kommen, doch, ne? Ich bin mir sicher. Was machen wir die Lärme auch noch nicht? Ja, das ist alle. Wir haben auch noch nicht. Ja. Wollen wir mal die. Ich glaube, da sind wir freckt. Genau. Das kann sein. Da war doch mit den ganzen Honig. Ja, genau. Komm, diesmal sind wir erfahren, aber wir machen das jetzt besser. Ja, wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben noch 18. 18. Ja, wir machen nochmal aus. Das wird wohl nicht. Da wird ja wohl nicht so viel noch kommen. Ja. Und da ging es sich schon aus. Das kann man pranken. Ja. Das ist ja. Was da ist. Ja, super. Nein. Ich fange ja ein neues Leben an. Oh Gott, nein, nein. Ich hab dich gerettet. Ja. Ich glaube, wir sollten nochmal den Charakter wechseln. Okay. Ja. Wenn dann schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Genauso ist es. Genauso. Genauso. Genauso wie auch. Ja. Ja. Ich muss sagen, in den zweieinhalb Stunden, wo wir jetzt hier am kommentieren sind, haben wir echt schon ordentlich mit geschafft. Ja. Spür zwei Euro entfernt. Hätte ich jetzt weg. Nur wieder da zu sein. Nein. Ja. Ich muss ja noch so viel beibringen. Oh nein. Das Mädchen hat sich einen alten Mann verhandelt. Ich muss ja noch so viel beibringen. Ich stopf dir meinen Stock in den Hintern. Da kommt also der Begriff. Warte. Ja. Du negóst jetzt. Geh. Geh, lass mich zurück. Okay. Auf dass ich auch. Na die Gumba. wie er mich so an kumas die aus dem radio allgemein mario okay also alle dinger ja und einsammeln kann ich mich auch jetzt erinnere ich mich auch die ganzen schwingen dinger ja dann noch ein dann die banane ich bin jetzt schon exigert okay was 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 noch mal behalten damit nach hause nehmen meiner familie zeigen okay und da oben war es allerdings wir leben noch wir leben noch gar nicht vor spiel ich will nicht zu dir spiele ich spiel ja muss ich mit dem stopp verbrügeln ich bin viel besser gestochen ich glaube ich glaube diese sterben muss ich bin immer sehr gespannt das kommt wenn sie was doch das ist okay wir haben vom leben so Ah, mehr zu nah! Nein, ich kann nicht. Ah! Hast du getötet? Gut. Oh Gott. Aber das kam. Der ist ein Sternchen. Was auch die sich auch aufschützen eigentlich? ich habe mich noch festgehalten würden sie wieder kommen ja ich dachte ich komme automatisch wenn wir vor spiel ich glaube ich bin genau gleich gestorben wie vorhin in der exakt gleichen stelle so wird gemacht und die jugend nix mehr die alten von heute die kanon die alten die lassen sich schon da für die schnauze das ist ein schiff von klatscher lang schütz alter mann da oben rechts ich habe nichts gesehen jetzt wenn man die einsame ich glaube aber nicht sehr nicht sich nicht in so großen abstand hat sich mal auf das gehalten längst noch 7 ja live dabei sein live dabei sind und seht wie all diese werden wie also leben wieder verschwinden alle oder ausnahm ich möchte nicht mehr gerne wer ist bereit wo uns ein deathcounter zu machen ich habe zu engel mit schon mal sein nein war ja ein versuch wäre es war ein versuch wäre das da bin ich mit einer soviel weiter sind wir auch gar nicht bekommen das sieht mir schon ein bisschen neu aus das war auch das war ausnahmsweise war keine absicht da waren wir hier okay bohne spiel mein gott wie hat man viel viel zu viel zeit für diese dinge 30 sekunden ich habe jetzt nicht ich glaube ja okay taxi bitte wie die probleme hat und zu tragen ja ich glaube weiter ich habe so ich habe ich glaube ich habe das gefühl dass wir was jetzt wenn ich kann man sich mal wieder auf mich zentrieren würde genauer längst aber ja bitte verwecken nämlich mit du bist so ein oder war doch nix oder dann haben wir zum drauf kommen also okay so können wir in höhe gewinnen da siehst du also hier vielleicht nach oben okay das ist keine formel gewesen okay jetzt ist mal mein gott warum ist das heute so anstrengend ich glaube das hat sich die biene gerade gedacht warum ist so schwer warum wirkt ihren auf einmal so wie zwei affen ja ich glaube nicht die nachgucken okay was soll ich damit jetzt aber auch immer links oben war irgendwie war ja ach was kann die teil sogar tüten warum willst du kann man jetzt auf mich ich weiß nicht wie ich dann bleiben darum ist das ist ja warum was 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 los und gott um mein gott er hat sie echt das war jetzt ich habe es auch gar nicht gedacht das dann halt mal wieder auf ich spreng mich daraus da ist was ich habe das gesehen ja das ding habe ich auch schon gesehen aber ich glaube das kann nur eins heißen der dafür zu wird schon richtig sein alle punkt teile ja das ist doch das geht es noch in diesem komischen denken wo ich gerade drin war sein da kommen wir gleich der links war nichts ich komme da nicht mit jetzt gar nicht gesehen hat man sich wieder zurück kann ich habe auch nicht gesehen plötzlich nein eine rolle machen wir beide irgendwo auf anderen seiten sind kann uns ja eigentlich nichts passieren so jetzt gehe ich mal da ich hab's ja 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 20 wir haben alles jetzt habe ich niemanden mehr wenn ich was bei bringen kann oder wo oder in jemandem wo ich mein stück in den hinter schieben kann okay dann würde ich sagen wir eine partie ja wenn man einfach mit der welt hier ja ja da machen wir aufs reden und dann das machen wir auf screen dann sehen uns im nächsten blick wieder wenn es heißt dumm zum country tropico fris